Hey, hey, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was kommt? Ein V-Log, ein Kochvideo? Nein, es kommt nichts davon, Leute. Denn ich habe noch ein Gewinnspiel und das möchte ich heute auflösen. Und dazu habe ich mir ein Video, das nach dem Gewinnspiel-Video gekommen ist, rausgesucht. Das Ganze in den Kommentarpicker eingegeben und ja, das schauen wir uns jetzt an, was dabei rausgekommen ist. Dann würde ich mal sagen, drücken wir auf Suche. Okay, und gewonnen hat das liebe Vorbild. Ja, ich habe auch zufällig die Nummer und ich würde sagen, ich schicke jetzt gleich mal eine Nachricht. Du hast gewonnen. Und jetzt legen wir einen kurzen Cut an, wie sie antwortet. So, sie hat geantwortet und das Ganze spiele ich euch, geh auf, Henni, spiele ich euch jetzt mal vor. Oh mein Gott, Schimmbruch. Wie ein kleines Kind. Dankeschön, finde ich voll cool. Ich habe noch nie was gewonnen, außer eine Orchidee. Nee, Dankeschön, danke, 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 finde ich echt cool. Mach weiter mit deinen Videos, die sind echt top. Das ist cool, ich konnte ihr eine Freude machen. Und ja, ich würde sagen, das war es dann für heute. Nächste Woche folgen dann ein V-Log oder ein Koch-Video, ich weiß noch nicht, was ich genau mache. Je nachdem, wo ich Bock habe, mit dem fange ich an. Hiermit verabschiede ich mich, wenn es euch gefallen hat, damit nach oben hier lassen, hier oben abonnieren. Bis dahin, ciao. Bis dahin.